Jawohl, Servus und habe Ehre. Wieder einmal aus dem Kronwelli. Heute besonderer Tag, 10. März 2022. Die ersten Eier von unseren Michaelner Hähner. Ja, nein, Michaelner Hähner, Michaelner Hähner und Gockel haben wir noch. Und die haben wir jetzt das erste Mal gelegt. 10. März 2022, ideal. Vor Ostern geht's los. Die Eierfabrik läuft ja auf Hochtouren, für Ostern, ideal. Jawohl. Gefreut mich, die ersten zwei Eier. Ich hab's schon gemerkt, die letzten Tage, dass sie ein bissel umeinandergackern. Irgendwas drückt da. Ein bissel kleiner sind die Eier, wie normale, von den normalen Hähnen. Aber das ist ja klar, weil die Hähner sind auch nicht größer momentan und die können auch nicht am Holz drum ein raus drücken, wenn sie selber noch nicht größer sind. Ist ja klar. Ja, die gehen jetzt ins Holz raus und danach. Da hauen wir die zwei mit dem Pfannenrennen. Da freue ich mich schon. Das ist ja, das ist ja, wo ein Gedicht wird, das sag ich euch. Aber zuerst einmal die Arbeit und anderes vergnügen. Da könnt ihr ein bisschen zuschauen. Da schneiden die ein paar Buche und feuchten. Schaut ein bisschen zu, oder? Nehme ich euch ein bisschen mit. Könnt ihr euch, könnt euch ein bisschen amüsieren. In Holztrast war ich frei. Das ist super. Weder. Rücken. Ein Mann frei. Ja. Und danach. Sauber. Freue ich mich schon auf die Eier. Also, warten wir. Gehen wir gar nicht lange umeinander. Ja, haben wir wieder ein paar da. Zum Umschneizen. Bochen. Zwei. Einmalz. Einmalz dick gefeucht. Aber davor. Nehmen wir mal eine Drückegassen anzeichnen. Drückegassen geht da runter. Die zeichnet man jetzt so, dass wir es wissen und nicht vergessen, gell? Ja, wei. Macht jetzt. Jawohl. Nummer eins. Haben wir schon gespritzelt. Und da geht die durch. Jawohl. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020